Hallo und willkommen zu einem kleinen Vlog von mir. Ich weiß jetzt gar nichts, weil es sich echt scheiße ist. Mein Handy ist auch total zerstört. Wir gehen einfach mit meinem Hund. Man sieht einfach nichts. Also, muss ich beim Schneiden schauen oder nicht mehr. Man sieht echt nichts. Ah, das macht nichts. Warte, kurzer Cut. Ich weiß nicht, wo er gerade hinrennt oder was er gerade macht. Hier, wir sind gerade irgendwo in so einem winzig kleinen... ...und wir werden... ...jetzt... ...hier... ...durchgehen... ...und wir werden gucken. Komm! Nichts Gras fressen. Wir werden gucken, was wir entdecken werden. ...und wir werden gucken. Komm! Oh shit! Da kommt man nicht durch. Pass auf! Pass auf! Das tut weh! Nein! ... ... ... ...